Du willst den Muscle-Up an den Ringen lernen? Ich zeige dir hier eine idiotensichere Variante, den Muscle-Up mit der D-Ringe-App zu lernen. Let's go! Geh in den App Store oder Play Store und lade dir die D-Ringe-App runter. 224 Bewertungen mit 4,9 Sternen. Die App ist kein Bullshit, sondern sie bringt wirklich was. Hunderte Leute haben schon den Muscle-Up bei uns gelernt. Dann, in der App, zeige ich dir jetzt hier mal, wie das Muscle-Up-Training aussieht. Wir starten einfach mal das Training, Warm-Up überspringen wir, weil ich schon aufgewärmt bin. Und du siehst hier die erste Übung, Faustliegestütze geöffnet, eine super Übung, um deine Beweglichkeit im Unterarm auf den Muscle-Up vorzubereiten. Es geht weiter, wir haben hier eine kleine Pause, nochmal Faustliegestütze, danach eine schon spezifischere Aktivierungsübung für den Muscle-Up, das Fall-Scrib-Rudern, dass du den Fall-Scrib richtig lernst. Und ich klicke mich jetzt hier mal schneller durch das Training durch, dass du siehst, was für Übungen dich hier so erwarten können. Halbe Muscle-Ups, auch eine super Vorübung für den Muscle-Up. Fall-Scrib-Klimmzüge, ein wichtiger Part, um den Muscle-Up zu lernen. Und als letzte Übung hier etwas schon sehr, sehr fortgeschritten, den Dip mit einer Transition. Jetzt siehst du hier, warum die Ringe-App so besonders ist. Wir sind am Ende des Trainings angekommen. Wir nehmen jetzt mal an, du hast das durchgespielt, hast deine Wiederholungen eingetragen. Und du beendest das Workout und jetzt siehst du, dass sich automatisch die Progression, die Übungen an dich anpassen, je nachdem, welche Wiederholungen du eingetragen hast im Training. Du siehst, hey, du hast halbe Muscle-Ups geschafft, geil. Als nächstes bist du bereit für die Muscle-Ups. Eine neue Übung erwartet dich. Und du siehst hier, dein Fortschritt steigt. Du bist jetzt schon bei 67 Prozent. Du kommst deinem Muscle-Up nahe. Daher ladet dir die Ringe-App runter. Natürlich ist das Ganze nicht kostenlos, da hier vier Jahre Arbeit drinstecken und wir auch irgendwas verdienen müssen. Das Ganze ist basiert auf sportwissenschaftlichen Trainingsplänen. Nicht einfach irgendein 5x5, 10x10 Scheiß, sondern wirklich durchdacht. Daher ladet ihr die App einfach mal runter. Die Ringe im App-Store oder Play-Store.